Ey, weiter geht's! Wir machen Eiswälde und so. Äh, wow. Gehen wir hier lang. Okay, wir backen uns hier nur rum, aber im Endeffekt haben wir gar nichts davon. Gut, wir haben so eine Art unsichtbaren, oder durchsichtigen Boden, ich glaube, das kann man eher sagen. Und Eisblöcke, der Hackershell liebt es, diese Eisblöcke überall einzusetzen. Das merkt man. Die eigentlich nur ungesproitete, naja, von diesen blauen Blöcken sind. Die man, die auch unverändert sind, sobald man einen aufgehoben hat. Mal ganz einfach abgesehen. Ah, fuck it. Das Problem ist immer, ich kriege zwar eine volle Blume in einem Level, aber die behalte ich dann nicht länger als 4-5 Sekunden und dann gibt es auch keine mehr. So, wie komme ich hier weiter? Wahrscheinlich muss ich irgendwie... Moment, wow, jetzt kommen viele Gegner auf mich zu. Moment, wenn ich hier rumrutsche, ist das, glaube ich, eine gute Defensive. So, ist das wirklich das, was von mir abverlangt wird? Ist nämlich ganz schön schwierig, eigentlich hier hochzukommen. Und wenn man die Blöcke alle zerstört hat, dann hängt man eh fest. Boah, voll der Sprung auf ihn drauf. Ich wurde getroffen, eher nicht. Pilz? Nein. Ist nicht drin. Oh, du Scheiße. Okay, alles cool. Überall Pinguine. Kann ich... Was? Was? Was zur Hölle passiert? Okay, ich glaube euch. Das ist gerade echt passiert. Kann ich hier hochrennen? Ja. Kann ich. Öh. Was soll das denn? Wieso ist hier ein... Moment. Warum ist das hier? Hat das irgendeinen Grund? Ich verstehe das nicht. Boah. Ein Pilz vielleicht mal wieder? Nein. Leider nicht. Äh, aber hier gibt's. Groß werden. Okay, ich kann mich hier hinstellen, aber... Ist eigentlich ziemlich blöd. Und hier sterbe ich. Jetzt sind wir in der Cave gelandet. Wow, mein eigener Block wurde gegen mich verwendet. Gib mal her, ist ein gutes Stück. Das war schon mit der Cave. War gut. Also war schnell, meine ich. Und theoretisch könnte ich auch wieder das hier machen. Und dann hätte ich das gesamte Level wieder verkackt, so gesehen. Weil, naja. Wenn ich mir den Weg kaputt gemacht hätte und müsste mich hier umbringen. Schon blöd eigentlich, finde ich. Also, ich meine... Oder das hier zum Beispiel. Ich meine, ich bin jetzt hier unten dadurch wieder gelandet. Ich meine, ich finde in fast jedem Level irgendwelche Fehler, so gesehen. Das ist echt nicht mehr normal, eigentlich. Ich bagge mich hier einfach durch. Ich lande entweder da. Ich kann auch hier. Und dann sterben. Alles ist möglich. Ich kann auch hier. Nein, da kann ich nicht durch. Oder kann ich einfach den hier machen? Das ist schon drin. Ja, hat mir ein bisschen Weg gespart. Wahrscheinlich sehr wenig. Nein, ich... Nein, mein Pilz! Oh, fuck. Ich war nicht schnell genug. Kann ich hier? Aber ich glaube, ich muss sogar da lang. Okay, gehen wir da lang. Wenn ich auf Pause drücke, dann ist das auf einmal ein Pfeil nach oben, wenn ich drauf springe. Sehr komisch. Es regnet wieder. Coopers, das gefällt mir nicht. Boom. Yes. Okay. Und da haben wir es. Geschafft. Kommt da unten hin. So Blizzard Plains. Oh, man. Oh, Luigi. Diese ganze Schnee und die Kälte werden nicht in ein lebendes Eis verwandeln. Also hier wird schon Eis zum Essen, ne? Ich hoffe, dieses Schloss hat wenigstens eine warme Anlage oder sowas. Oh, Luigi sieht echt ein bisschen abgefrostelt aus. Okay, und dem gesamten Level ist so das Schnee, glaube ich, da schon, das so vor einem, also dem Boden zu tarnt. Ich meine, klar soll das Schnee sein. Gut, unter den Bäumen ist dann manchmal, manchmal nichts. Manchmal dann doch wieder was. Und dieser Schnee ist nur damit, äh, damit ich die Maulwürfe nicht vorher sehen kann. Das ist ja echt scheiße. Wow. Okay. Jetzt muss ich mich irgendwie hier durchschlagen. Mist. Ich schaff's nicht ganz so hoch. Aber man kann das schaffen, das weiß ich. Oder man stirbt einfach. So. Schon besser. Der ist für dich. Kann ich da rein? Jo. Ah, Mann. Noch mehr Maulwürfe. Wow. Okay. Alles cool. Da kann ich nicht rein. Obwohl da Münzen liegen auf der Röhre. Das ist eigentlich immer so ein Signal. Das ist für ihr. Kannst du auf jeden Fall rein. Gut, mit dem Stein, den ich gerade hatte, habe ich einen Maulwurf abgewehrt. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Obwohl, da ist bestimmt ein Trampolin drin dann. Ne, ein Peace Search. Okay. Kann man auch ein Trampolin im Block machen. Ich weiß es gar nicht mal. Ach, verdammt. Wow. Okay, das ist auf keinen Fall mehr Schnee, oder? Das sieht eigentlich schon von vornherein, sah es schon immer nach Wolken aus. So, eine Tür. Ich glaube, das heißt, hier ist irgendwo ein Secret. Kein Secret Exit, aber irgendwas, wo ich ein paar Leben oder sowas bekommen könnte. Ich weiß auch nicht so genau. So, wie geht denn das hier? Wie mache ich das? Ach, hä? Was? Okay, ich kann hier teilweise drin stehen, aber es ist nicht genau gegeben, wo. Und man kann an jeder Ecke auch gleichzeitig wieder rausfallen. Ich verstehe das nicht ganz. Das ist nicht gut umgesetzt, muss man zugeben, leider. Jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich auch drauf. Manchmal ist man halt nicht drauf im Feld, wenn man Pech hat. Oh, okay. Haben wir es. Great Slide. Oh, okay, wir sliden. Äh, setz dich hin und genieß den Slide. Okay. Und vergiss nicht, dass du den Rechtsaufgarten halten musst, wenn du was Arrow magst. Okay, ich drücke jetzt einfach unten. Hat einfach den unten Knopf gedrückt. Beziehungsweise drücke ich gerade gar keinen Knopf. Wow. Ist das geil. Das ist ein ziemlich cooles Level. Auch wenn ich gar nicht dazu beitrage eigentlich. Aber auf jeden Fall... Ah, ich dachte schon, Sackgaston, ich sterbe. Ah, okay. Na gut, hier am Ende muss ich dann doch mal agieren. Kommt das nochmal? Ne, das war schon. Wow. Das war... Das beste Level in diesem Heck, muss ich sagen. Und es war... Nicht meins, wo ich mitgespielt habe. Okay. Lemmys Eispalast. Kommen gerade aus einem Schloss raus, oder wie sieht es zumindest danach aus? Na gut. Überall Chucks. Ähm. Du hast es soweit geschafft. Okay, grüne Bohne. Komm und hol mein Ei, wenn du dich traust. Von Lemmy Cooper. Uh. Moment, kann ich nicht. Einfach hier hoch, wenn ich irgendwie gerade danach Lust habe. So einfach. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kriege ja Leben. Schaut ja gar nicht mal so verkehrt zu sein. Und hier geht es wieder runter. Ich kann den nicht zerstören. Manchmal kann man die irgendwie mit solchen Blöcken zerstören. Manchmal wieder nicht. Ich weiß nicht genau bis heute, was das Kriterium ist. Das gilt jetzt allgemein für alle. Hex oder auch Super Mario holt. Nicht nur für das hier. Mann, ich will da irgendwie hoch. Hm. Den kann ich auch nicht töten. Okay, warte. Wir gehen unter ihm lang. Lass ihn einfach darin stecken. Bloß nicht die Sachen noch komplizierter gestalten. Okay. Nichts anfassen. Einfach durch. Wollen nicht die Bösewichte freilassen. Ist ja wieder so ein Geheimnis? Oder ist da nochmal so eine Art Tür oder so? Ich meine, das ist ja so eine Tür, die irgendwie ins gar nichts führt. Ach. Durch. Okay. Das war jetzt aber nicht schwer versteckt. Ausnahmsweise mal. Nur Geld. Na gut. Ich. Das ist das, was ich. Wovon ich gesprochen habe. Ich gesagt habe. Ein Secret. Was aber kein Secret Exit ist. Es ist sowas. Also. Oft unspektakuläre Sachen. So. Wir haben mal eine Menge Feuer. Ähm. Was irgendwie gar nicht reinpasst. Aber warum nicht? Vielleicht hätte man die auch in Eisbälle oder so einen Scheiß umspoiten können. Und jetzt sind wir draußen. Ein goldener Block. Achso. Das ist gelb. Ich verstehe. Ach. Was? Wie ist der denn auch gesprungen? Habt ihr das gesehen? Ich springe. Ich springe auf den drauf. Und dann jumpt der noch so weiter. Was mich dann getroffen hat auf einmal. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Okay. Das hat jetzt natürlich nicht viel mit Schloss zu tun. Wobei wir sind irgendwie so im halbrunden Schloss. Okay. Und jetzt gehen wir wieder rein. Eigentlich mag ich sowas. Wenn es am Schloss mal so einen Weg nach draußen gibt. Ich weiß nicht. Oh man. Ach. Mit dem Typen wird es jetzt ein bisschen. Scheiße. Und da haben wir ihn auch schon am Hals. Es geht nicht anders, als dass er mich trifft. Echt. Ich wüsste gar nicht, wie ich dem hätte ausweichen können überhaupt. Okay. Alles klar. Oh. Das war knapp. Okay. Wir sehen eine Sackgasse. Der Trick ist, ich muss an ihm hier hoch irgendeinscheinend. Oder ich sterbe einfach dann. Einfach nochmal probieren. So, jetzt. Ach, verdammt. Nein. Es war... Scheiße, der Safestate-Knopf klemmt schon wieder, Alter. Ich glaub's nicht. Komm, hör auf. Hör auf, Safestate zu machen. Dankeschön. Äh, okay. Okay, das war jetzt natürlich sehr gut. Ach, jetzt seht ihr? Diesmal hab ich ihn getötet. Einfach so. Eben die letzten konnte ich alle nicht töten. Ah, du kannst sogar in meinen Raum reinkommen, aber mal sehen, ob du mich überhaupt schaffst, ein einziges Mal zu treffen. Na gut, das sollen wir jetzt rausfinden. Ach, das ist ja nervig. Ich muss diese Blöcke jetzt mal entfernen. Okay, warte. Das ist jetzt nicht einfach, da durchzukommen. Oder muss ich das wirklich zweimal... Ne, so geht das. Okay, Einkampf. Oh, das hat jetzt gar nichts mit diesem Eislevel zu tun auf einmal. Aber das ist Kaizo-Niveau. Würde ich mal fast behaupten. Wir springen mal auf ihn drauf und dann hier. So, das ist... Ja, dann ist das wieder unsicher. Gut, er kommt wenigstens eigentlich immer an sehr günstigen Stellen wieder raus. Bis jetzt. Oh, perfekt. Gut, es war ein sehr mieser Kampf, aber... Ey, ich hab Glück gehabt, dass er immer an den richtigen Stellen für mich rauskam. Ich meine, selbst nach seinem Tod habe ich noch Probleme. Hier habe ich mich klar zu... Zurechtzufinden. Gut, das war die Eiswelt. Boom, weg damit. Luigi hat Lemmy gezeigt, dass seine... Boots... Worst... Van der Cold. Verstehe ich nicht. Also, gesetzt würde es irgendwas mit seinen Schuhen schlechter als seinen... Als... Als eine Erkältung heißen? Ich verstehe das wirklich nicht. Äh, mit dem letzten Ei muss Luigi zum... Äh, Treasure. Zur Schatzruhe. Bevor Bowser ankommt. Und schnell. Okay. Wir haben eigentlich alle Eier gerettet, oder? Wir würden jetzt hier zu Pipehole kommen. Ein kleines Insel-Level, das uns dann wahrscheinlich zur letzten Welt führt. Also, ähm, verpasst das nicht im nächsten Part. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.